Ein fränkischer Bäcker will in Marseille seine Croissants verkaufen. Aber können Sie mit der französischen Croissant-Variante mithalten? Wir machen den Test. Welches Croissant überzeugt den feinen Gaumen der französischen Kundschaft? Vokabeln hat er auch gelernt. Na dann mal los! Sie wollen einen Test des goûts des Croissants? Die Frage ist ja, welches ist besser? Ich finde, es gibt nicht so viele verschiedene Goûts zwischen den beiden. Ich glaube, es ist ein Croissant-Français, aber es ist auch gut. Ein super Kommentar! Das ist aber das Fränkische. Wenn ich jemanden für diese rencontre beurteilen würde, in einem frischen Zustand werden sie sehr, sehr ähnlich sein. Ich beurte mich. Willst du den Test des goûts des goûts? Ja. Das sind ein bisschen wie die Pans, sondern das ist vielleicht ein bisschen sücris. Das ist er. Oh, das ist gut. Das ist nicht die gleiche Rezept, das ist sicher. Ist einer, der ist Allemann? Sie arbeiten gut in Allemann. Das ist natürlich auch das Fränkische Croissant. Gleichstand zwischen Bayern und Frankreich. Ich habe zwei Dinge gefunden. Eine schöne Person und eine gute Technik. Das war eine schöne Découverte. Danke. Das ist ein Freisier. Ich bin froh, dich zu haben.